Ah! Geh weg! Ich dachte mal, wir zum Eingrooven die Tanglewood. I-O-NIT! I-O-NIT! Parabol, E-N-F, here we go! Und wir sind jetzt irgendwie auf dritter Schwierigkeitsstufe oder so, ne? Profi, ja. Ich schau hier direkt alles temperaturmäßig an. Licht ist an. Also ich hör noch gar nix. Also ich glaub hier Garage ist. Dann lausche ich doch mal. Äh, ne. Oder? Vorraum? In die Richtung blickend hör ich ihn. Wo bist du, hä? Wo bist du? Ah! Oh! Ah! Der kleine Schweinepriester ist hier. Das riech ich doch. Ich leg hier mal das E-MF hin und hol schnell mal Stuff. Du bleib wohl alleine hier. Dat ist doch super. Ne, ich leg auch Sachen hier hin. Auch super. Äh! Ja bitte? Irgendwas hat gepiepst und ich hab meine Taschenlampe nicht gefunden und es hat mich in Schrecken versetzt. Oh. Okay. Ich glaub ich hab ne falsche Einstellung gemacht. Ich hab ne falsche Einstellung gemacht. Was für na... was? Wir spielen auf nem leichten Schwierigkeitsmodus. Ah. Edward, bist du hier? Oh ja! Ja! Hier! Ja? Ja. Oh. Also wenn wir den jetzt nicht mit Dots erwischen, ne? Ah! Ja, hallo? Oh, ich hab Angst. Im F3? Was ist hier passiert, hä? Was ist hier passiert, Edward? Edward? What? Alter, wir werden gleich so verrecken, wenn du weitermachst, ne? Äh, so ein Geister! Äh! 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 Der Fernseher ist angegangen. Ich wollt ein bisschen Fernseh gucken. Ja, ich mach ja wieder aus, Menschens. Kinder, ich kann's nicht ausmachen. Äh? Kann's nicht mehr ausmachen. Hahaha. Es geht wirklich nicht. Äh, die Sicherung ist aus. Vielleicht liegt's da dran? Die Sicherung ist raus? Ja? Wieso geht dann der Fernseher noch? Ich weiß es nicht. Warte mal. Warte mal. Ah! 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 Aha! Dotz! Äh, nicht Dotz. Äh, wir wechseln mal wieder. Ops! Mir geht grad die Temperatur runter, jetzt ein bisschen schneller als sonst. Dann geh ich mal weg. Na, du kannst ruhig ein bisschen in der Nähe bleiben, so ich... Ah! This girl is on fire! Sind wir unter Null? Ah! 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 Er ist da! Er ist da! Er ist weg! Wir sind unter Null. Wir können nach Hause gehen. Ich komm hier nicht mehr raus. Unter Null? Ja. Dann können wir nicht nach Hause gehen. Doch. Oh. Äh. Er prägt mich vielleicht nochmal um. Oh ne! Lebst du noch? Noch? Noch, ja. Er jagt noch. Ja, schön. Ja, schön. Der ist grad neben mir. Ich hab mich in nem Schrank versteckt. Wie ein großer. Aber das heißt, dass wir noch nen Beweis brauchen. Weil das wieder diese Mimik sein könnte. Ja. Geisterorb ist ja auch Mimik. Das bedeutet, es kann nur noch eine Möglichkeit geben für ihn. Ich zünde jetzt den Kreis unten an. Ich komm mit, ich nehm aber Sanity Medizin vorher. Weichei. Bist du schon drin? Ja. Äh. Weichei. Ja. Mhm. Geh mal vor. Äh. Nimm du mal den Fotoapparat mit. Weil angeblich. Das finden wir jetzt raus. Das sind die Milfbusters, Alter. Die Milfbusters sind wir. Äh. Wenn man den beschwört, da mit diesem komischen Kreis, soll er wohl kurzzeitig gefangen sein. Und dann wird er uns aber jagen und töten wollen. Ist bereit. Oh je. Jetzt weg! Ich bin schon tot. Geh raus. Ja, geh raus. Ah! Nein! Was? Nein! Was war das jetzt? Nix. Äh? Ein Onryo. Nice. Guck da mal hin, Alter. Gut, ich bin zwar gestorben. Welche Map? Sollen wir... Die... Willow Street? Ich bin fucking Barsager. Jo. Oh, was ein Shitwetter hier. Das ist die Eva. Die Eva! Eva! So, ich geh direkt der Sishi-Suche. Ich lausch oben bisschen. Ah! Check kurz noch. Haben ganz kurz gehört. Ja, Badezimmer. Badezimmer. Oh ja. Ich hab Angst, aber ich bleib kurz hier, weil mein Thermometer grad sinkt. Alter, du bist so mutig, ja? Ja. Klappt nicht. Ich komm raus. Schade. Hä? Huah! Huah! Das ist halt auch echt. Ja, ich hasse es. Ah! Geh weg! Boah, aber das ist schon so ne fette Schrapnelle da, gell? Äh. Du bist gleich alleine. Oh ne. Alter. Ähm. Wir haben Orbs. Ausgefickte Huche. Huah, Orbs. Toll. Ah ja, das geht. Ah! Eins ist kaputt. Tick-Tack, tick-Tack. Wir sehen nun ein Single-Let's Play von unserer besten Geisterjägerin. Ah! Ha! 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 Also, ich sag's mal so. Ha! Ja? Bist du hier, Geist? Eva. Wie ist dein Name? Eva? Ja. Eva! Eva! Ja, 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 ja! Ja! Kann immer noch die Mimik sein. Wenn du über draußen bleibst, bleibt lieber draußen. Ich hätte noch gelacht, wenn ich Angst hätte für so nen Kackgeist, oder? Was machen wir, wenn Saren greift? Ähm, sterben? Oder schreien? Oder beides? In den Keller? Ist das schlau? Lauf! Komm neben mich! Ja, bin ich schon. Russisch Roulette. Wer für uns stirbt? Ich? Natürlich! Mann, der hat hier ganz schön, ähm, Unordnung. Achtung, ich hör, er greift an. Mhm. Hm. Ich hab halt gar keine UV, ne? Dann bin ich für die Onryo, gell? Oh, Achtung! Er ist da! Ich geh einfach raus. Hm. Was machen wir? Heimfahren! Ah, guck mal! So, warte, ich muss mir ne Map aussuchen in Geiste, und dann frage ich dich welche Map. Okay. Okay. Mal gucken, wie seelenverwandt wir sind. Ja. Ähm. 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 Please stay farmhouse. Das glaubt uns niemand. Das wirkt so gescriptet. Es war einmal! Muan. Aha, ich hab den. Den Geist oder den Tzichi? Ich hab den Vaco Ocop 3000 gefunden. Okay. Was ist hier passiert? Ich hör ihn. Das heißt, entweder Flur oder wie ein Waschlappen ist er beim Kerken gestorben, Alter. Wie ein Versager. Bei dem Klo wär ich auch gestorben, ey. Flur? Ja. Oh ja. Äh. Flur? Im Flur sinkt die Temperatur. Was für ein Lied? Ähm. Atemlos. Witzig. Weil wir noch keinen Atem haben. Richtig. In diesem Zimmer, meine Damen und Herren. Du bist alleine. Sinkt die auch. Warum bin ich nicht alleine? Ich hab UV. Ganz alleine. Alter. Hilfe! Die Tür bleibt offen, wenn ich hier bin, Alter. Ja. Brauchst gar nichts rumschweißen. Ha. Jetzt. Ah. Oh. Ich geh. Ich geh. Ich geh. Ich geh. Oh Gott. Hilfe. Jagt der? Nö. Petzel, bitte zurückkommen. Mhm. Ja. Der hat gerade eben das EMF übelst ausrasten lassen, aber da nicht nur das EMF ausgerastet ist, sondern ich auch. Weiß ich natürlich nicht, ob wie viel das war. Ah. Du kleiner Wichsergeist. Hä? Wo bist du? Wo bist du? Aha. Ganz klar. Was? Wir können nach Hause. Ja? Mö. Kannst du sprechen? Oh je! Hilfe! Hä? Was? Der hat ins Buch geschrieben oder so, glaub ich. Warte? Warte. Warte. Nice. Wo bist du? Bist du hier? Friede mit mir. Zeig dich. Geist, sprich zu mir. Sprich nicht zu mir. Oh, nicht so feste. Oh, du bist ja da. Hier. In der Ecke auch. Der Teddy. Der Teddy ist verflucht. Ah. Ah. Wo? Hm. Lieber Geist. Wo bist du? Aha. Aha. Hm? Hm? WMF4. Dieser Schuh. Ja, genau. Schmeiß den ganzen Scheiß hier rein, bis er wütend wird. Okay. Nice. Teamwork. Irgendwo ist was angegangen. Äh. EMA5. Oje. Immer heim, ne? Ja. Haben genug Wütend gemacht. Ghost! Attack me! Hör auf jetzt! Und du! Ah, wir sind so gut! Und wieder 7.75. Ey, pass auf. Dann sag ich Edge fehlt. Ach, scheiße! Diesmal nicht. So. Irgendwas zur Vorgeschichte bekannt. Ja. Das sind Huren. Okay. Habt ihr einen Sischi? Du solltest unbedingt beim Supertalent mitmachen. Gell? Also ich meine nicht, dass wir schonmal hier gewesen wären, aber es fühlt sich fast so an. Also ich hab bis jetzt noch nix gehört. Ja. Wie auch. Ich mein, wer glaubt sonst an Geister? Ja, kann gut. Ah! Hey! Stopp! Nein! 2QV! MF! Oh! Geist! Ich hab ihn gesehen! Pilfus, stopp! Ihr jagt! Was? Jagt der? Ne, ich glaub nicht. Der ist dir grad hinterher, ne? Ja, ja, ich hab's gesehen, du. Himmelherrgott im De... Ähm. Nein! Nein! Äh, wo? Ich weiß nicht, ich hab auch nicht gesehen, aber... Was ist mit dem Psychopath? Geh... E-MF5? Geh mal mo kurz, ich mir... Also irgendwie... Ja, ich komm gar nicht mehr zu dem richtigen Satz, weil ich jedes mal was Neues hab. Ähm. Junge! Er hat seinen Raum gewechselt. Ich... Versteck dich. Ich bin tot! Äh... 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 Alter, war's ne Hurrella! Ohne Scheiß! Was soll das denn jetzt? Wo kam der denn jetzt her? Ich weiß es nicht. Äh, keine Ahnung. Wirklich. Da greift schon wieder an! Ja... Nein. Nein? Äh? Er lacht nur dumm. Äh... Ops. Okay. Er ist mittlerweile im Flur. Er ist gar nicht mehr hier in der Küche. Alter, 14 Sanity. Ah! Wir haben's. Ja? Ja. Du Idiot, Alter. Ich wollt grad rein in mein Leben riskieren. Und dann zeigt er sich da einfach... Ihr müsst jetzt nicht den Kessel da rumwerfen. Du klei... Guck mal, wie wütend du jetzt? Ich hab dich, du kleine Drecksau. Guck mal, Alter. Ich zück sogar ihren Scheißdreck hier an. Uhhh. Uhhh. Hahahaha. Hä? Hm? Tch... Hast du jetzt den falschen Geist angekreuzt, oder was? Ich hab gar keinen angekreuzt! Oh! Hahaha! Du Opfer! Hahaha! 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 Wie kann man so dämlich sein! Was gibt's dann? Gar nix! Null, 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 mal drei, Null, Null. Null, Null. Die Witchview Court hat mir nicht, ne? Hm... Nehmer die. Vorsicht im Dunklen! Der Geist kann dich... ...spüren! Ähm... Ich such noch den Sichi. Ähm... Er ist im Keller. So. Legs Buch mal da hin. Und das eine Krutze lege ich mal da hin. Upsa. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Null bitte? Und... Minus 0,1... Minus 0,2... Minus 0, ja... Unter Null. Also Ultraviolett und Geistertemperatur. Äh, ich glaub wir haben Oaps. Ja, ne? Da hinten, ne? Da wo es leuchtet. Ja. Ja. Ein Handtu. Oder... Mimik. Immer noch? Ja. Damit es die Mimik ist, müsste es noch die Geisterbox sein. Wo bist du? Zeig dich mir! Sprich mit mir! Äh, äh, ja? Ne. Aber hier oben flackert's. Äh. Stehen Dots noch zur... Ne, Dots stehen gar nicht mehr zur Debatte, oder? Eigentlich net. Hast du Dots gesehen? Ich will ja jetzt kein Bullshit labern, ne? Aber! Ich war mir kurz sehr sicher, dass in der einen Ecke wie so'n kleines Kind vorbeigehuscht ist. Und dann hab ich plötzlich ne Silhouette in den Dots ganz woanders da gesehen. Das muss ich mir gleich mal ne Aufnahme angucken, was da war. Piep! Uuuuuh. Aaaaah. Hm. Was... was waren sie? Ist das ein Handtu, oder? Was sag... ja. Bist du hier? Ja. Es ist ne Mimik. Äh? Die dumme... F***. Und? Mimik. Da! Ende? Ja. Voll cool. McMill. Mimik. Mimika Miam DCK. Mimik. MimikaRe breasts.